Ja, Bobby ist ein Pfleger von Valentin. Du wieder. Naja, wer ist denn... Jetzt kommt's... Oh, Valentin. Das klingt aber gefährlich. Drei, zwei, eins und... Bitte. Uh, Valentin. Das klingt ja mal gefährlich. Was kommt danach? Pass auf, dass man das Drehbuch nicht auf dem Tisch sieht, ne? Das kommt nicht so gut. Ja, ja, ich weiß, dass das so gut ist. Maik antworte kurz auf ohne Pause. Ja, er ist sehr gefährlich. So, jetzt musst du richtig aggressiv fragen. Ja, er ist gefährlich. Ja, er ist sehr gefährlich. Ja, genau, genau, genau so. Drei, zwei, eins. Normaler? Ja. Ja, der ist sehr gefährlich. Sehr schön. Und jetzt? Ähm...